Ja, servus Leute. Der eine oder andere wird es verfolgt haben, ich habe einen Wildunfall vor ziemlich genau einer Woche auf einer Autobahn gehabt und darüber wurde auch in den Medien jetzt relativ ausführlich berichtet. Hervorgetan hat sich dabei die Sendung Mindtower des hessischen Rundfunkes, die mit Unterstützung von Robin von RobinTV Framing betrieben hat und ein gewisses Bild von dem Vorgang gezeichnet hat und auch ein gewisses Bild dann von dem YouTuber Robin von RobinTV, was natürlich für wenig Begeisterung bei mir gesorgt hat. Und die Krönung des Ganzen ist, dass Mindtower das Ganze gestern auch nochmal wiederholt hat. Das Ganze ist auch abrufbar in der ARD Mediathek. Die Links zu den entsprechenden Beiträgen, die ich euch jetzt ausschnittweise zeigen werde, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und bei dieser erneuten Ausstrahlung, also Wiederholung, hat der hessische Rundfunk darauf verzichtet, eine Quellangabe mit einzublenden. Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Ich zeige euch gerade mal den Unterschied zwischen der Ausgabe vom 25. Oktober und der Ausgabe vom 30. Oktober. Jetzt erstmal was aus der Kfz-Abteilung Vollgas hier in Mindtower. Am Samstagabend, da hat es auf der A45 bei Langen Selbold richtig gescheppert. Kurz nach 21 Uhr gab es ein folgenschweres Aufeinandertreffen zwischen zwei Wildschweinen und einem komplett überzüchteten Elektroauto. Am Steuer des Autos ein YouTuber, der für einen Autotest gedreht hat. Mit knapp 250 Sachen. Der wird seine Käufer finden, der wird die Audi-Anhänger begeistern. Und ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber bis auf die Farbe kann ich an dem Auto wirklich nichts aussetzen. Michael Schmidt aus dem Landkreis Fulda ist Influencer. Auf seiner YouTube-Seite Breaking Electro News testet er unter anderem Elektrofahrzeuge. Da gab es vor ein paar Tagen ein, muss man sagen, folgenschweres Aufeinandertreffen zwischen zwei Wildschweinen und einem komplett überzüchteten Elektroauto. Am Steuer ein YouTuber, der für ein Video gedreht hat. Und zwar mit knapp 250 Sachen. Der wird seine Käufer finden, der wird die Audi-Anhänger begeistern. Und ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber bis auf die Farbe kann ich an dem Auto wirklich nichts aussetzen. Michael Schmidt aus dem Landkreis Fulda ist Influencer. Auf seiner YouTube-Seite Breaking Electro News testet er unter anderem Elektrofahrzeuge, wie diesen Audi e-tron GT. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied erkannt. Im ersten Beitrag war Quelle eingeblendet, nämlich YouTube Michael Schmidt-Ben. Im zweiten Beitrag, in der Wiederholung, hat der HR dann darauf verzichtet, das einzublenden. Sie verdienen also Geld auf dem Nacken von einem Unfallopfer. Ich sehe mich jetzt einfach mal hier als Opfer eines Unfalls, denn mir sind zwei Wildschweine vor das Auto gelaufen. Bei relativ hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn, wo ich auch glücklich sein muss, dass ich überhaupt das Ganze überlebt habe. Eineinhalb Tage später wird dann Framing betrieben durch den hessischen Rundfunk unter Beteiligung des YouTubers RobinTV. Und das wird dann nochmal wiederholt und es wird die Quelle nicht eingeblendet. Soweit ich mich auskenne, ich bin aber kein Jurist, ganz klar, ist das so nicht zulässig. Und deshalb habe ich jetzt auch schon eine Mail an die Rechtsanwaltskanzlei Solmecke geschickt. Denn das ist ja so ein YouTube-Anwalt, der sich mit Lizenzfragen und auch Themen rund um YouTube beschäftigt. Und eventuell hat die Kanzlei oder der Herr Solmecke ja Interesse daran, diesen Fall zu übernehmen. Ich werde auf jeden Fall eine Erstberatung auf jeden Fall anstreben. Und falls halt der Herr Solmecke da kein Interesse daran hat, dann werde ich mir einen anderen Medienanwalt suchen. Aber so viel ist sicher, ich werde auf jeden Fall versuchen zu klären, ob es sich hier um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Und falls das zu bejahen ist, werde ich auch den hessischen Rundfunk verklagen. Also das ist jetzt der nächste Schritt in der Causa Wildschweine gegen Audi e-tron GT und Michael Schmidt. Und ich denke, das ganze Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Denn auch ein lokales Internetplättchen hat auch nochmal nachgelegt. Da werden wir dann heute Abend im Livestream nochmal drüber reden. Also es geht drunter und drüber. Und ja, ich finde die Situation ziemlich belastend. Aber ich habe auch nicht vor, neben der Linken noch die rechte Wange hinzuhalten. Sondern ich versuche mich gegen diese, ja, Boulevardjournalisten. Wir sind mal nett und benutzen kein Schimpfwort. Wobei das ja eigentlich schon ein Schimpfwort ist. Ich versuche mich gegen diese Boulevardjournalisten zu wehren. Ja, das war es dann schon für dieses kurze Update-Video zu der Causa Wildschweine gegen Michael Schmidt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch. Sonst verpasst ihr das nächste Video.